ja heute another pokemon break ich habe hier drei packs von bekannten youtuber pokerev mega bonus pack konzept ist so dass man im prinzip fünf packs drin hat aus der sword and shield area booster packs und ja man kann dann innen drin je nach farbe grün ist ein normales sword and shield area pack wenn es rot ist dann hat man xy oder sun and moon era das ist jedes fünfte pack jedes zehnte pack hat man black and white era und gold das wäre natürlich der knaller in jedem 25 pack ist gold and doesn't wither of the coast diamond a pearl platinum hard gold soul silver era das ist natürlich schon ein ziemlicher kracher also evolving skies kann drin sein wild voltage celebration packs cosmic eclipse auch preislich stark gestiegen destinies gold unleashed das sind natürlich dann schon die richtig richtig guten also ich würde sagen machen wir einfach mal das erste auf so um sich coole verpackung fühlt sich hochwertig an ach so wir brauchen noch einen glücksbringer wir brauchen noch einen glücksbringer wir nehmen jeff bergmann silvester green das sind die normalen sweet sword and shield es gibt einen coolen pokerev sticker chilling rain fusion strike astral radiance rebel crash silver tempest und dann green auch sehr hochwertig tatsächlich und brilliant stars ja brilliant stars ziemlich cool natürlich freut sich jeder über evolving skies aber ja brilliant stars finde ich persönlich auch ziemlich cool set links oder rechts 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 und wir haben silver 1 zu 10 black and white era sehr gut wir haben chilling rain fusion strike astral radiance rebel clash und evolving skies Den coolen Sticker natürlich nicht vergessen, ne? So, Silver. Das haben wir in Silver. Silver is... This is Plasma Blast. Schöner Plasma Last Pack. Sieht auch cool aus. Das letzte Pack. Last Pack Magic für Gold. Und es ist... Ah, es ist grün. Es ist grün. Pokerath Sticker. Chain Rain. Fusion Strike. Astral Radiance. River Clash. Silver Tempest. Kopie von ersten. Und... Ein Paint grün. Es ist Fusion Strike. Ja. Ziemlich happy. Zumindest mit dem Silver. 1 zu 10. Kein Gold. Trotzdem aus 3 Paketen. Keine schlechte Ausbeute. Relativ cooles Produkt. Kann ich nur empfehlen. Wie gesagt. Ist aber auch nicht so leicht zu kriegen. Und muss importiert werden. Ist hier eigentlich kaum zu kriegen. Und wenn dann zu überhöhten Preisen. Ja. Und ich denke. Ich mache nochmal ein gesondertes Video. Wo wir die Packchen dann auch noch öffnen. Bis dahin. Lasst ein Like da. Wenn ihr interessiert seid. Auch das zu sehen. Was in diesen Packs drin ist. Und vor allen Dingen. Evolving Skies. Vielleicht. Umbrella. Alternate Art. Wer weiß. Lasst ein Like da. Und dann. Ja. Wünsche ich euch einen schönen Tag.